Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 5157. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich lackiere meine Fingernägel gerne in verschiedenen Farben und Designs. Ich lackiere meine Fingernägel gerne in verschiedenen Farben und Designs. Was habt ihr auf dem Grill? Schmeckt es gut? Was habt ihr auf dem Grill? Schmeckt es gut? Das Wochenende verbringen wir auf einem Boot. Die Frauen liegen in der Sonne. Das Wochenende verbringen wir auf einem Boot. Die Frauen liegen in der Sonne. Das Wochenende verbringen wir auf einem Boot. Die Frauen liegen in der Sonne. Wir machen Geschäfte mit vielen europäischen Ländern. Ich werde den Zustand des Gebäudes notieren und dann einen Kostenvoranschlag für die Reparaturen Ich werde den Zustand des Gebäudes notieren und dann einen Kostenvoranschlag für die Reparaturen Der Zug hat Verspätung. Hoffentlich komme ich trotzdem pünktlich zum Flughafen. Die Aufgaben eines Prokuristen sind vielfältig. Sie können je nach Größe und Art des Unternehmens variieren. Mobilitätshilfen unterstützen die Fortbewegung in der eigenen Wohnung und im öffentlichen Raum. In der Reha haben sich alle sehr um mich gekümmert. Am Vatertag gibt es ein kleines Geschenk für meinen Vater. Am Vatertag gibt es ein kleines Geschenk für meinen Vater. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.